Freunde, ich möchte hier die Karte kleiner machen, aber weil ich manchmal nicht hinterherkomme. Wie machen die das? Das ist mir ohne Spaß jetzt. Ich kann mir schon vorstellen, wie die das machen. Ja, so ein paar Pizzageriecht, natürlich, läppert sich. Aber dann drehe ich mal jetzt hier um. Dann fangen wir mal hier an, überbacken, okay, überbackene Nudeln. Darüber will ich jetzt nicht mehr. Fleischgerichte, also wir jetzt mal Wienerschnitzel, Zigeuner, Jäger, Hawaii-Schnitzel. Dann kommen wir jetzt mal Giros-Teller. Giros, Chewabchichi, guck mal, nicht schon da, Grill-Teller haben wir auch noch. Döner-Teller gibt es auch noch. Chicken-Curry gibt es auch, Chicken-Birani, Baguettes haben wir. Da sind wir noch nicht durch, ey. Pommes haben wir auch noch. Hamburger, Cheeseburger, Fischburger, Currywurst, Curry-Frikadelle sogar, Pusabal. Bratolle, was ist Bratolle? Schreibt mir in den Kommentaren, was Bratolle ist. Giros haben wir auch, Döner-Taschen haben wir auch. Hamburger, Cheeseburger. Hamburger, XXL, 180 Gramm mit Pommes, 8,50 Euro. Spitzenpreis. Brutal. Junge, was ist los mit diesen Tüten? Entweder hat der 300 Mitarbeiter in seiner Imbissbude. Oder ich weiß es nicht.